Musik Madame Torelle, mein Herz zu Ihren Füßen. Können Sie glauben, dass in dieser Brust ein unkeuscher Gedanke wohnt, nach so vielen Wochen Ihres frommen Umgangs? Ich gebe zu, ich war ein anderer, bevor mich der Blitz Ihrer Augen traf. Valmont, der Herzensbrecher, ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Ich kannte sie nicht, Madame. Scham, wenn ich nur daran denke, durch welchen Schmutz bin ich gewartet, welche Kunst der Verständung, welche Verworfenheit. Der bloße Anblick einer schönen Frau, was sage ich, der Hintern eines Marktwebs und ich verwandelte mich in ein Raubtier. Ich war ein Abgrund, Madame. Wünschen Sie, einen Blick hinein zu tun? Ich wollte sagen, herab. Verzeihen Sie aus der Höhe Ihrer Tugend. Ich werde versucht, meine Sünden im Detail vor Ihnen auszubreiten. Fürchten Sie nichts. Ich respektiere das heilige Band, das Sie an Ihrem Garten knüpft. Seine Lust ist meine Freude, seit Ihre Tugend mich gelehrt hat, den Wüstling zu hassen, der ich war, und ihren Schoß versiegelt weiß. Kaum, dass ich Ihre Hand zu küssen wage. Und wenn ich es mir herausnehme, treibt mich nicht irdische Leidenschaft. Nehmen Sie Ihre Hand nicht weg, Madame. Ein Trank in der Wüste. Selbst die Liebe Gottes brauchte einen Körper. Warum sonst ließ er seinen Sohn Mensch werden und gab ihm das Kreuz zur Geliebten? Wollen Sie mein Kreuz sein? Sie sind es, durch das Sakrament Ihrer Ehe, nicht mit mir. Aber vielleicht hat Ihr Leib den ein oder anderen verschwiegenen Eingang vergessen oder verschmäht von der Liebe des Herrn Gatten? Kann es weniger als eine Todsünde sein, was uns zu denken gegeben ist, nicht auch zu tun? Das Instrument unserer Leiber. Ist es uns nicht verliehen, damit es gespielt wird, bis das Schweigen die Seiten sprengt? Der Gedanke, der nicht tat wird, vergift die Seele. Ich werde darüber nachdenken, mein lieber Valmont. Es rührt mich, Sie so besorgt, um das Heil meiner Seele zu sehen. Ich werde nicht versäumen, meinem Gatten davon Mitteilung zu machen, dass der Himmel ihn zum Verweser all meiner Öffnungen bestimmt hat. Nicht ohne Erwähnung der selbstlosen Quelle, aus der mir die Offenbarung sprang. Ich sehe, Sie teilen meine Vorfreude auf die Entdeckungsreisen im ehrlichen Bett. Sie sind ein heiliger Valmont. Oder sollte ich mich in Ihnen getäuscht haben? Sollten Sie mich getäuscht haben? Spielen Sie ein Spiel mit mir? Was verbirgt diese Krimasse? Eine Maske oder ein Gesicht? In meinem Herzen keimt der schreckliche Verdacht, dass Sie mit dem Mantel der Gottesfurcht eine sehr irdische Leidenschaft bekleiden. Fürchten Sie, Valmont, den Zorn einer beleidigten Gattin. Fürchten? Was hätte ich von Ihrem Zorn zu fürchten, als den Wiederaufbau meiner erschütterten Tugend? Fürchten? Ich suche Ihren Zorn, Madame. Jeder Schlag wird eine Liebkosung sein. Jeder Riss von Ihren Nägeln ein Geschenk des Himmels. Jeder Biss ein Denkmal. Ich bin keine Gans, Valmont, wie Sie zu glauben belieben. Ich werde Ihnen nicht das Vergnügen machen, ein Werkzeug Ihrer abartigen Lust zu sein. Tränen, Milord. Sie töten mich, wenn Sie Dolche reden. Vergießen Sie mein Blut, wenn das Ihren Zorn besänftigen kann. Aber verhüllen Sie nicht meine besten Empfindungen. Lassen Sie mich Ihre Zweifel zerstreuen. Eine Probe meiner Festigkeit. Entblüßen Sie zum Beispiel diese Brüste, deren Schönheit der Panzer des Kostüms ohnehin nicht verbergen kann. Der Blitz soll mich treffen, wenn ich auch nur die Augen aufhebe. Von meiner Hand zu schweigen, sie soll verfaulen werden. Fallen Sie, Valmont. Fallen Sie, der Blitz hat Sie getroffen. Und nehmen Sie Ihre Hand weg. Sie riecht faulig. Sie sind grausam. Ich? Übrigens, muss ich Ihnen ein Geständnis machen. Sie laden eine Blutschuld auf sich mit der Verteidigung Ihres Ehembetts. So sterben Sie für eine gute Sache und wir sehen uns wieder vor Gottes Angesicht. Ich kenne mich nicht aus in der Geografie des Himmels. Aber ich spreche nicht von mir. Es handelt sich um das Blut einer Jungfrau. Die kleine Hollange. Sie verfolgt mich. Kirche, Salon, Schauspiel. Kaum das wie vor weitem Sie schon schweizigen Jungfrüchten. Nein, da liegt mein Schwachsbleich. Ein rosiges Werkzeug der Hölle. Eine Trunk aus dem Nichts. Ach, das Nichts in mir. Es wächst und verschlingt mich. Täglich verlangt es ein Opfer. Einmal werde ich die Versuchung über mir zusammenschlagen und ich werde der Teufel sein, der dieses Kind in die Verdammnis stößt. Wenn Sie mir Ihre Hand nicht leihen. Und mehr als mein Engel, der mich über den Abgrund trägt, auf den Flügeln der Liebe. Tun Sie es. Bringen Sie Ihrer hilflosen Schwester das Opfer, wenn Sie schon gegen mich ein kaltes Herz bewahren, aus Furcht vor der Flamme, in der mich verbrennt. Ihre Kälte, Madame, wirft drei Seelen in das ewige Feuer. Verstehe ich Sie richtig, Vicomte? Weil Sie Ihre Geilheit nicht zwiebeln können? Oder das, wie sagten Sie, wachsende Nichts in Ihnen, dem Sie täglich opfern müssen? Ist Ihr philosophisches Vakuum nicht vielmehr die tägliche Notdurft Ihres irdischen Geschlechtskanals? Und weil diese eine Jungfrau nicht gelernt hat, sich mit Anstand zu bewegen, in welcher Lasterhülle von einem Kloster muss was aufgewachsen sein? Soll ich das Glück meiner Ehe opfern? Ach, besinnen Sie sich auf Ihr besseres Selbst. Die Lust wird vielfach sein. Der Zweck heiligt das Mittel. Der Stachel des Opfers wird das Glück Ihrer Ehe vollkommener machen. Sie wissen, dass ich mich lieber töten werde als... Und verzichten auf die Seligkeit. Ich spreche von der Ewigen. Es ist genug, Almo. Ja, es ist genug. Verzeihen Sie die schreckliche Prüfung, der ich Sie unterwerfen musste, um zu erfahren, was ich weiß. Verdammt. Sie sind ein Engel. Und mein Preis ist nicht zu hoch. Welcher Preis, mein Freund? Der lebenslange Verzicht auf den Kitzel der Wollos, die mein anderes Leben ausgefüllt hat. Der Teufel kennt viele Verkleidungen. Eine neue Maske, Almo? Sehen Sie den Beweis meiner Wahrheit. Womit sollte ich Ihnen gefährlich werden? Womit Eindringen in die Krypta Ihrer Tugend? Der Teufel hat keinen Teil mehr an mir. Erdische Lust, keine Waffe. Wenn Sie Ihren Augen keinen Glauben schenken wollen, überzeugen Sie sich mit Ihrer zarten Hand. Sie sind ein heiliger, Almo. Ich erlaube Ihnen, meine Füße zu küssen. Sie machen mich glücklich und werfen mich zurück in meinem Abgrund. Heute Nacht werde ich den Reizen der gewissen Jungfrau wieder ausgesetzt sein. Sollte ich Sie meiden? Würden Sie mich nicht verachten, wenn ich der Gefahr ausweiche? Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben. Lassen Sie mich meine geringe Kraft an Ihrer nackten Schönheit messen, Königin. Beschirmt vom Zaun der Ehe, damit ich Ihr heiliges Bild mir vor die Augen halten kann. Wenn ich hinaustreten muss, in die dunkle Arena, eingesperrt in meinem schwachen Fleisch vor den Speerspitzen der Mädchenbrüste. Ich frage mich, ob Sie diesen Brüsten widerstehen werden, Willkont. Ich sehe Sie schwanken. Sollten wir uns getäuscht haben im Grad Ihrer Heiligkeit? Werden Sie die härtere Probe aushalten? Das ist sie. Ich bin eine Frau, Balmour. Können Sie eine Frau ansehen und kein Mann sein? Ich kann, Lady. In mir regt sich kein Muskel. Zittert kein Nerv, wie Sie sehen vor Ihrem Angebot. Ich verschmähe Sie leichten Herzens. Freuen Sie sich mit mir? Tränen. Tränen. Sie weinen mit Grundkönigin. Tränen der Freude. Mit Grund sind Sie stolz, so verschmäht worden zu sein. Bedecken Sie sich, meine Liebe. Einen unkoscher Luft, so könnte sie streifen. Kalt wie eine Gattenhand. Kalt wie eine Gattenhand. Kalt wie eine Gattenhand. Untertitelung des ZDF, 2020